Neues, 13. September 2017, die TOS Hiba Europa GmbH erweitert ihre ultramobile Porti GX30D Premium Notebook-Reihe um vier neue Modelle mit Thunderbolt 3-Technologie und LTE-Modul 4G. Dank des Mobilfunkstandards der vierten Generation, erfolgt der Datenzugriff besonders schnell, auch wenn kein WLAN zur Verfügung steht. Für eine hohe Leistung sorgen die Intel eingetragenes Warenzeichen-Core-Prozessoren der siebten Generation, bis zu 16 Großbritannien-Arbeitsspeicher, erweiterbar auf bis zu 32 Großbritannien, sowie bis zu 512 Großbritannien-Große CSS-DS, Solid-Startedisks. Die leistungsstarken Komponenten verbaut TOS Hiba in einem ultraleichten, ab 1,05 Kilogramm, und robusten Magnesiumgehäuse. Top ausgestattet, und mit gerade einmal 15,9 Millimeter Bauhöhe bequem zu transportieren, eignen sich die neuen Notebooks ideal für vielreisende Geschäftsleute. Die neuen Porti G-Modelle sind ab sofort in Deutschland verfügbar.